Der Film ist geschnitten, wir sind hoffentlich zufrieden damit und jetzt müssen wir das Ganze exportieren. Damit befassen wir uns jetzt. Es ist ja so, der Film existiert jetzt im Moment nur innerhalb des Schnittprogramms. Ihr braucht genau das Programm mit der Version, die Projektdatei und alle Medien, die ihr benutzt habt. Um den Film aber ins Web hochladen zu können oder auf einen USB-Stick zu kopieren, um ihn an dem Fernseher anzuschauen. Dafür muss der Film jetzt einmal exportiert werden in eine richtige eigenständige Filmdatei. Das kann ein bisschen kompliziert werden, denn da gibt es viele Parameter, die zu beachten sind. Zum einen, wie groß das Bild ist, dann auch welche Dateiendung am Ende dran stehen soll. Da gibt es verschiedene MOV, AVI, MPEG, MP4 und da wird es auch schon sehr kompliziert. Denn viele der Dateien sind auch nur Containerdateien. Das heißt, innen drin steckt dann noch was anderes. Damit beschäftigen wir uns aber jetzt hier nicht so ausführlich. Wir benutzen die einfach und alles ist gut. Eine Sache, die auch noch wichtig ist, ist der Codec. Der sagt, wie aus ganz viel Bild- und Tonmaterial eine kleine Datei wird. Den stellen wir nachher auch gleich ein, aber das schauen wir uns am besten direkt im Schnittprogramm an. Ich habe jetzt hier meinen geschnittenen Film momentan nur gespeichert als Projektdatei innerhalb des Schnittprogrammes, in dem Fall Premiere Elements 13. Jetzt möchte ich das Ganze aber noch abspeichern als MP4, damit ich es zum Beispiel verschicken kann, ins Web laden kann und so weiter. Ich suche eigentlich die Funktion Exportieren. Das gibt es in dem Programm jetzt so nicht, sondern es heißt Veröffentlichen und Freigeben. Da wähle ich Computer. Das ist wirklich in allen Programmen ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist aber, dass ihr euch nicht täuschen lässt von diesen Voreinstellungen. Hier gibt es zig verschiedenste. Was wir brauchen, ist ein MP4 am Ende. Hier weiß ich jetzt, in diesem Programm nehme ich das als AVCHD, denn da kommt ein MP4 hinten raus, steht hier auch bei den Vorgaben. Ich wähle mal diese hier und gehe dann immer in Erweiterte Einstellungen. Und diese Einstellung könnt ihr wirklich in jedem Programm machen. Sieht dann halt ein bisschen anders aus, aber die Zahlen und die Werte entsprechend sind die gleichen, die wir brauchen. Die Vorgabe interessiert uns hier jetzt alles erstmal nicht. Ich checke nur, dass Video exportiert wird und Audio auch zusammen. Hier ist eine Zusammenfassung, die schaue ich mir später nochmal an. Ich will ein Video, das große HD-Formate hat, nämlich 1920x1080. Wenn ihr das ein bisschen kleiner haben wollt, könnt ihr hier zum Beispiel angeben 1280x27. Macht ihr hier automatisch die 27, weil das hier verkettet ist. Framerate heißt Bildrate, 25 ist richtig. Ich habe ja auch mit 25 Bildern pro Sekunde gedreht. NTSC wäre hier falsch, dann würde mir das hier auch wieder alles verstellen. Wir wollen PAL. Das muss ich wieder umstellen. Da oben hat sich auch was geändert. Auch wieder zurückstellen. So. 25 Bilder, PAL, dieses Hautton und alles Mögliche interessiert mich jetzt erstmal nicht. Wichtig ist jetzt aber vor allem diese Bitrate. Denn die Bitrate sagt aus, wie viel Qualität euer Film hat. Je mehr ich hier gebe, desto größer wird auch meine Datei. Hier wird schon geschätzt, wie hoch das ungefähr wird. Je mehr ich da gebe, desto größer wird sie. Für Internet und so weiter wollen wir aber eine relativ kleine Datei. Und dazu nehme ich jetzt hier nicht VBR für Variable-Bitrate, sondern CBR. Da wird jetzt dann auch gleich ein Schieber weggehen. CBR ist ein bisschen einfacher einzustellen und sagt, diese Bitrate von vorne bis hinten bitte nehmen. Bei VBR würde er ein bisschen mitdenken und mitrechnen, will ich jetzt aber nicht. Ich will eine konstante Bitrate von vorne bis hinten und die setze ich bei 6. 6 Megabit, was letztendlich 6000 Kilobit sind. HD fängt an im Web bei allen Plattformen so ab 5 Megabit, also 5000 Kilobits. Für gute Filme kann man aber auch schon mal 10 geben oder auch schon mal 15. Ich nehme jetzt hier mal 6, weil das ist ja ein Übungsfilm. Der soll nicht ganz so groß werden. Wird um die 34 Megabyte wahrscheinlich groß werden am Ende für meine knapp 50 Sekunden. Wird hier auch nochmal angezeigt, wie lange der Film dann ist. Das ist okay. Und jetzt schaue ich hier nochmal. Ich will ein bisschen kleineres HD, habe ich gesagt. 1280 mal 27, 6 Mbit, CBR, 25 Bilder, progressiv, also P, Vollbilder. So habe ich es ja auch gedreht und geschnitten. Das passt alles. Gehe ich auf OK. Dann kann ich mir diese Vorgabe auch noch sichern. Da nehme ich jetzt mal Video MOOC fürs Web in 27P. So würde man das abkürzen. Man nimmt immer die hintere Zahl. Wenn ich 1920 mal 1080 genommen hätte, hätte ich hier 1080p eingetragen. In dem Fall eben 27P und ist okay. Wird jetzt hier auch als Vorgabe angezeigt. Dann nenne ich den Video MOOC. Dann sage ich noch, wohin er sie speichern soll. Nämlich in meinen Ordner hier und gehe auf Speichern. Jetzt rechnet der Computer ein bisschen. Je nachdem, wie lang und aufwendig euer Filmschnitt ist mit Effekten und so weiter, kann das auch ein bisschen länger dauern. Und am Ende kommt eine Datei raus. Die kann man auf den USB-Stick kopieren. Kann sie am Fernseher anschauen. Kann sie ins Web stellen. Alles mögliche damit machen, weil das dann eine eigenständige Videodatei ist. So, fertig. Jetzt schauen wir sie mir mal an, die Datei. Hier habe ich sie abgespeichert. Hier liegt sie. Das ist mein fertig geschnittener Film. Aus dem Schnittprogramm exportiert als MP4-Datei.